Servus Leute, was geht? Auf jetzt nächste Runde ADT. Ich glaube heute mal ein paar schneller Runden, nur mit dem guten Kampf und ich glaube ich wechsle mal nicht die ganze Zeit mit ESP. Gut. Schon mal gute Buffs. Ganz nützlich. Das war's schon. Ja gut. Ich könnte natürlich mal so ein Overpowerless Kostüm machen, aber... Aber... Hey, Ehrenhaftes Bier. Proben wir den mal. Kabam. Wie hat der zur Hölle seinen Blackout rausgekommen? Egal. Easy one. Aha, miss. Easy miss. Oh, Jimmy nu. Uuuhhh. I freeze. Nee, gar nicht hat den. So let's someone pass by. Can somebody show me, show me what's real. Show me how life is really supposed to feel. Show me you want me, want me in your life. Can anyone show me how you, how to, how to? Hm, warum hat die GCP ausgezogen? Warum hat die GCP ausgezogen? Warum hat die GCP ausgezogen? Okay. Der Baum ist doch wundervoll. Der Baum ist doch wundervoll. Was ist wirklich. Wirklich. Okay. Wirklich. Mal. Wurken. Alles sonst. Jawohl. So wird's gemacht. Ok. porterium. Unalter. Epic Failure Incoming Oh je mini Da rufe ich ehrlich sag mal beide Natürlich trifft der sein scheiß Son Wird schon rei Ernsthaft Perfekten Nestern reingelaufen die Olle Schön gedodged Oh shit, das ist nicht gut Wer mit Go, go, go Noch einmal drauf Ach man, wenn die jetzt nicht down kriegen Jawohl, jetzt hat sie keinen Wanner mehr Sehr schön Go, go, go Five wins heute Oh my god, der Mr. Ken Yu ist jetzt weiblich Neckere gemacht Mmh, mmh, mmh Nein, Skill Bucks Na wundervoll Bucktail at its finest Wird der für uns Oh je Mal schauen ob es winst Ich vermute mal nicht Oh, natürlich auch noch gegen 399er Ah sorry Ist das nicht wundervoll Herrlich Und try go die Hm Wundervoll 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 Ach ehrlich, ich soll dich machen Reel auch, bevor ich nochmal dieselbe Scheiße bekomme Bist du mittlerweile schon kaufen können? Ja, mehr als genug Könnte ich mir natürlich auch aufsparen und alle Drohnen auf einmal aufmachen Ja, aber Ich hab so das einfach noch Hochqualitative, 5000 Ne, 3000 So, ist Raiden ja schon fast lukrativer Hey, zwei Holies Apropos Raiden, ich könnte mal noch die ganzen Aktiv Raids machen Das hat auch mal was geliegendes Ja, ja, wie immer will keiner von denen was tun Und heilen Na gut, ich glaube ich rufe trotzdem eine Ein Oh der hat es echt getroffen. Ach so die haben ja Moral. Ja das kann ja spaßig werden. Mist 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 Mist. So geht es natürlich auch. Warte bis der Kakaoli weg ist. Oh da springe die Kerle an. Und nichts passiert. Miss, miss. Na gut, dann holen wir einfach mal beide hier. Vielleicht sind die Hollys hier irgendwie von Nutzen. Okay. Ah, das ist ja so. ein paar stunden halten da war die op noch mal die andere mit ihrem a7 plus 9 mal da habe ich jetzt nämlich wieder mana easy hooray noch einmal oh ja 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 naja also die woche sollte freitag denke ich mal entweder ein raid video oder das equipment video kommen zum bogey mage video folgt auch und im besten fall einfach alle aktive raids ne ne ich glaube die habe ich noch nicht ne 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 das ist ja mal ein feiner name okay damit die wenigstens trifft oh ne jetzt ist mein Mann weg go madam go wieder ein klassisches 1 gegen 3, wundervoll wundervoll woops naja schade chillige Runden besser als die Afrika wie immer wie immer danke fürs Zuschauen und bis demnächst